servus youtube ich bin es wieder euer buddy ich möchte euch heute in dem video zeigen was ich gemacht habe dass ich hier unten in meinem kellerraum internet bekommen habe dass ich hier jetzt auch die möglichkeit zukünftig bekommen streams livestreams zu zeigen pc bauprojekte etc pp und wie ich auf die überlegung gekommen bin was ich alles gebraucht habe wie die umsetzung im endeffekt war zeige ich euch nach dem intro bevor wir anfangen mit den überlegungen bevor ich anfange euch die überlegungen meinerseits direkt zu erläutern möchte ich erst mal sagen dieses video wird gesponsert und unterstützt von der firma devolo die mir diese zwei pakete haben zukommen lassen und mir zur verfügung gestellt haben dass ich das projekt mit internet im keller umsetzen konnte die firma devolo war für die meisten in der art und weise bekannt sein im bereich powerlan aber zu dem powerlan wo ihr dann streams über netflix etc direkt auf dem fernseh schauen könnten den fernseh auf wenige entfernung mit dem internet direkt verbinden könnt kommt bei der firma devolo mittlerweile auch noch die smart home technik dazu das ist super interessant deswegen werde ich euch auch gleich erzählen warum ich mich für eins dieser beiden produkte entschieden habe und zwar habt ihr die möglichkeit bei der firma devolo euch smart home geräte zu besorgen in form von thermostaten für die heizung lichtschalter bewegungsmelder etc pp alles was in der art und weise dazugehört um euer heim ein bisschen smarter zu machen kommen wir jetzt aber zum eigentlichen punkt erstmal zu meiner überlegung zu meinem wie es hier überhaupt aufgebaut ist und warum dann dementsprechend die überlegungen entstanden sind ich wohne in einer wohnung im ersten stockwerk und habe einen kleinen keller raum im keller so jetzt habe ich zwar oben in meiner wohnung ganz normal internet auch wlan ist vernünftig in meiner gesamten wohnung vertreten allerdings habe ich natürlich unten im keller wo jetzt auch noch der nächste rechner steht wo mein streaming bereich sein soll wo meine youtube videos entstehen wo ich meine bilder bei instagram oder für instagram mache kein internet und keine wlan möglichkeit das wollte ich ändern und habe mir dazu überlegungen angestellt habe dann erst in foren gefragt was kann ich machen und welche ideen kann man umsetzen kamen dann so sachen wie bohren loch durch die außenwand führen lahnkabel nach unten in den keller da hätte ich durchs erdreich gemusst zudem ist es so dass ich in der mietswohnung wohne der rest der parteien überwiegend eigentümer sind die mir das garantiert nicht gestattet hätten und all sowas das nächste war dann baue eine richtantenne auf auch das wäre nicht das wahre gewesen weil es einfach nicht möglich gewesen wären die richtantenne so zu platzieren dass es den nachbarn und eigentümer in der wohnung unter mir nicht stört somit kam im prinzip nur noch eine möglichkeit in den kopf und das ist die power lan möglichkeit deswegen hatte ich mich dann auch im vergangenen jahr mit der firma die volo in verbindung gesetzt habe ihnen meine sachlage erklärt und die volo hat sich dementsprechend super cool bereit erklärt mich in der art und weise zu unterstützen dass ich hier im kellerraum internet habe wlan und ganz normale lan anbindung theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch hier unten noch mal telefon nutzen können aber das wäre dann nur über ip telefon ansonsten waren das meine überlegungen und wie kann ich das in die tat umsetzen wie gesagt mit der firma die volo die mir als partner nebenbei steht habe ich dann zwei produkte zum testen bekommen und zum schauen ob die einzelnen produkte bei mir funktionieren angefangen möchte ich oder anfangen möchte ich erstmal mit dem was bei mir nicht gekommen ist und zwar geht es darum um dass die land 1200 plus wifi ac starter kit als wie gesagt die land wir haben hier einmal eine empfangseinheit oder eher gesagt eine sendeeinheit die direkt mit eurem router verbunden wird und die das signal über euer stromnetz an eine weitere steckdose gibt um dort mit dem empfangs adapter das ganze internet signal dann dementsprechend abzugreifen in ein wlan signal umzumünzen oder über ein lan kabel für eure für euer notebook oder euren desktop pc zur verfügung zu stellen bei der geschichte ist es so da muss man darauf achten dass sie auf einer also sollte man darauf achten dass sie auf einer gleichen phase liegt im stromkreislauf man sollte darauf achten dass es auch auf einer schiene ist dass ich nicht zu viele verbraucher zwischendrin habe die eventuell das ganze netzwerk stören könnten bei dem die nahm es ist auch so da wird dementsprechend ja auch ein wlan netz aufgebaut dieses wlan netz ist nicht das identische wlan netz eures normalen routers sondern ein eigenständiges wlan netz das von den beiden adaptern aufgebaut wird finde ich eine super gute lösung gab mal so einen fall bei mir in bezug auf sky und wlan receiver wlan receiver hat kein 5 gigahertz netz erkannt und hat auch keine hatte auch probleme mit beiden netzen zusammen so dass er dann trotzdem die 2,4 gigahertz leitung nicht erkannt hat habe ich dann die 5 gigahertz leitung ausgeschaltet ging es und hat das so dann konnte der sky wlan receiver das ganze so empfangen so hätte man die möglichkeit euren router auf 5 gigahertz für eure ganzen handys tablets um sonst was laufen zu lassen und das 2,4 gigahertz für den sky receiver ist nur ein beispiel was ich selbst erfahren durfte die möglichkeit würde bestehen oder halt auch noch ein extra abgesichertes netzwerk in eurem eigenen netzwerk aufzubauen kommen wir nun aber zu dem was ich verbaut habe und zwar ist es das sogenannte din rail 1200 plus wifi ac starter kit das unterscheidet sich nur im prinzip in der art und weise was den zugang zum stromnetz angeht und zwar haben wir hier einen steckdosen adapter bei dem din lan der mit eurem router verbunden wird und dann auch nur zwischen zwei steckdosen agiert oder halt noch zu einer anderen je nachdem bei dem din rail haben wir das so dass hier ein sogenannter phasenkoppler mit in lieferumfang enthalten ist und wir darüber das gesamte stromnetz speisen können bei mir ist der aufbau so gestaltet dass ich unten im keller mein hauptschalter habe der nach dem zähler liegt und ich habe den din rail adapter zwischen meinem hauptschalter und meinem allerersten fi in der wohnung geklemmt und somit habe ich auf meinem schaltkasten in der wohnung und auf meinem schaltkasten unten für den kellerbereich mein komplettes internet signal liegen das ganze muss dann natürlich noch über ein lan kabel mit dem router verbunden werden war in meinem fall so dass ich durch meinen flur mit dem lan kabel durch musste war auch kein thema einfach hinter dem regal verlegt und schwupps ich war in meinem sicherungskasten also super easy auch die in betriebnahme wir haben den home button gedrückt beim din rail sprich beim phasenkoppler und das gleiche dann auch noch mal bei meiner empfangseinheit die habe ich hier hier neben mir sitzen die zeige ich euch gleich auch noch mal und ansonsten war es das also die installation super easy super einfach und somit war es für mich auch ein gefundenes fressen das so umzusetzen das weitere und der weitere vorteil den ich mit dem devolo din rail adapter habe spricht mit dem phasenkoppler ist dass ich an sämtlichen stromführenden geräten im prinzip internet jetzt anliegen habe das heißt ich habe an jeder steckdose das internet signal anliegen ich habe an jedem lichtschalter an jeder glühbirne überall internet signal anliegen und kann dementsprechend alles ein und ausschalten wenn ich diese ganzen smart home funktionen denn hätte wie gesagt es gibt für oder von devolo lichtschalter thermostate licht sensoren kameras für die tür alles mögliche was ihr dann dementsprechend über das netzwerk steuern könnt ist zum beispiel eine super interessante sache um energie zu sparen was die heizung angeht im winter eine stunde bevor ihr aufsteht programmiert ihr die heizung dass sie angeht eine halbe stunde oder eine viertelstunde bevor ihr rausgeht geht sie aus die restwärme reicht ihr geht aus dem haus raus und programmiert sie für den abend wieder neu dass ihr wenn ihr abends wieder ins bad kommt noch mal ein warmes bad habt aber die restliche zeit ist das ganze aus das gleiche gilt auch fürs licht ihr könnt morgen so eine gewisse uhrzeit das licht anschalten und wieder ausschalten das soll es zu meinem umfang gewesen sein was ich jetzt hier in der wohnung habe und hier in meinem kellerraum auch habe was die leistung angeht und die verbindungsqualität des din rail wifi ac starter kits werde ich im nächsten video was machen denn da werde ich das ganze auch noch mal mit einem stream versuchen um dann das ganze auch wirklich auf die streaming tauglichkeit zu testen ich werde euch die download zu zeigen wir werden das gemeinsam machen ich werde es im stream wahrscheinlich dann direkt aufnehmen dass ich im stream das ganze dann direkt zeigen kann und dass ihr dann auch sicher sein könnt er hat nicht irgendwie was vom letzten jahr genommen und hat es dann irgendwie untergejubelt sondern dass ihr alle sicher gehen könnt dass das auch wirklich legitim ist dementsprechend hoffe ich das video hat euch gefallen ich würde mich über den daumen hoch freuen genauso vergesst nicht zu abonnieren wenn ihr weitere solche videos sehen wollt und wenn ihr die als erstes sehen wollt oder mit als erstes dann aktiviert die glocke dass ihr auch frühzeitig mitbekommt dass ich ein neues video hochgeladen habe ansonsten von meiner seite her wie gewohnt alle und bis zum nächsten mal